In diesem Video zeige ich dir, wie du Freunde und Kontakte in Snapchat wieder entblocken kannst. Und zwar, wenn du hier ein Chat blockierst, dann ist er gar nicht mehr in der Liste und es gibt keine Möglichkeit, das hier schnell zu machen. Denn um das Blockieren rückgängig zu machen, musst du einmal auf dein Profil gehen und einmal oben rechts auf das Zahnrad in die Einstellungen. Hier scrollst du jetzt einmal ganz nach unten, bis du bei dem Punkt blockiert bist. Scrolle also einmal durch, bis du das hier siehst. Und wenn du den Punkt gefunden hast, klickst du einmal dort drauf und siehst alle Kontakte, die du blockiert hast. Diese Blockierung kannst du ganz einfach rückgängig machen, indem du einfach auf das X klickst. Das Ganze musst du dann noch einmal bestätigen und schon kannst du mit diesem Snapchatter wieder schreiben. Und so einfach entblockierst du Leute bei Snapchat. Wenn dir das Video geholfen hat, dann freue ich mich über einen Daumen hoch und vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du kein neues Video mehr verpasst.